Hallo, heute machen wir gesunde Apfelküchlein und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ich kann auch mal normale machen, aber ja, heute machen wir gesunde und dafür braucht ihr einmal Mehl, Milch, Skier, also ihr könnt auch Joghurt und Magerquark mischen, Eier, Äpfel, Backpulver und Salz und ja, dann geht's los. Als erstes nehmt ihr euch eine Schüssel und gebt da 180 Gramm Mehl rein und dann braucht ihr eine Prise Salz und einen halben Teelöffel Backpulver und das könnt ihr dann auch schon mal ein bisschen verrühren und dann braucht ihr 100ml Milch und ja, ich nehme jetzt Mandelmilch, aber ihr könnt auch Hafermilch oder normale nehmen, also eigentlich wie ihr wollt und das gebt ihr auch dazu und dann braucht ihr noch 3 Eier die gebt ihr auch dazu so und zum Schluss braucht ihr dann noch 180 Gramm Skier oder ihr mischt halt Joghurt und Magerquark so und das könnt ihr dann alles zu einem schönen Teig verrühren so und wenn ihr das dann alles zu einem schönen Teig verrührt habt dann könnt ihr, wenn ihr wollt, noch irgendein Süßungsmittel dazugeben also natürlich könnt ihr auch Zucker nehmen, aber wenn ihr es gesund machen wollt könnt ihr auch irgendwie Agavendicksept oder sowas nehmen und ja, aber ihr könnt es auch so lassen und ja wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch Zimt reingeben so und dann ist der Teig eigentlich auch schon fertig und dann braucht ihr einmal Äpfel die müsst ihr dann erstmal entkehren und wenn ihr wollt auch schälen aber ich lasse jetzt die Schale dran aber könnt ihr machen, wie ihr wollt auf jeden Fall entkehren und dann könnt ihr die so in Scheiben schneiden und dann könnt ihr euch auf jeden Fall also am einfachsten geht es mit der Brotmaschine kann ich sehr empfehlen, dann werden die auch alle gleich dick aber wenn nicht, könnt ihr es auch so in einem Messer einfach schneiden und ja, dann wenn ihr die Äpfel schön in Scheiben geschnitten habt dann nehmt ihr euch eine Pfanne und gebt da ein bisschen Butter rein und macht den Herd an und dann nehmt ihr euch so eine Apfelscheibe und gebt die in den Teig rein dass die schön vom Teig bedeckt ist und wenn die Butter dann geschmolzen ist könnt ihr dann so mit einem Löffel am besten diesen Apfelkücher da reinlegen und von beiden Seiten goldbraun backen so ungefähr 5 Minuten also ihr könnt mehrere gleichzeitig rein tun dann könnt ihr sie auch umdrehen wenn sie so goldbraun sind und dann nochmal von der anderen Seite backen so, wenn sie dann von beiden Seiten goldbraun gebacken sind könnt ihr sie auch raus und dann auf den Teller tun so sehen sie ein bisschen aus wie sehr dicke Pfannkuchen aber ja, das soll ein Apfelkücher sein dann könnt ihr sie auf den Teller tun und dann noch Zimt drauf machen und ihr könnt auch Zucker drauf machen aber das sind nicht mehr ganz so gesunde Apfelkücherl aber könnt ihr machen wie ihr wollt mit Apfelmus schmecken sie auf jeden Fall auch sehr gut und ja das macht ihr dann noch mit den restlichen Apfelscheiben und dem restlichen Teig und ja dann guten Appetit so, ich hab jetzt noch die anderen Apfelkücherl alle gemacht und ja, so sehen sie jetzt aus und ja, sind auf jeden Fall sehr lecker und ja wenn es euch gefallen hat freue ich mich auf jeden Fall sehr bei einem Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal bis zum nächsten Mal